www.radio.net Und jetzt steht ein Hubschrauber draußen auf deinem Gelände. Hammer! Was hast denn du gemacht? Oh nein, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und dann hast du auch mein Glück. Du hast lange Zeit für Vigo und Radio moderiert und warst auch mit uns auf einigen Konzerten unterwegs. Wir haben so einiges erlebt miteinander. Und wie gesagt, als ich jetzt den Hubschrauber heute Morgen gesehen habe, habe ich gedacht, der Mann hat sich ein Denkmal gesetzt hier draußen auf dem Platz. Und www.schopfschmidt.com Ja, genau richtig. Und wo findet man dich im Internet? Unter welcher Adresse? Unter MagStock. MagStock heißt, kurze Name, Military Closing Schmidt, the Outdoor Company. Aha, und dort vertreibst du jetzt praktisch hier diese Militarias. Das heißt also, wenn ich mir jetzt eine Jacke kaufen möchte, wir haben ja auch das ein oder andere Verkaufsgespräch vorhin geführt mit deiner hübschen Verkäuferin. Die Leute können bei dir hier alles kaufen, von der Kleidung bis zu? Bis zu Fahrzeugen. Eigentlich alles, was legal ist. Okay. Also auch Waffen normalerweise? Nein, ja, Waffen auch, aber nur Software-Waffen, die wo bis ab 14 Jahre frei sind. Und darüber hinaus Luftdruckwaffen nicht, weil die schon wieder pflichtig sind. Also da bräuchte ich eine Waffenhandelslizenz. Die müssen wir erst noch machen. Das heißt also, es dürfte auch jetzt keiner, der einfach hierher kommen könnte, sagen, du, ich möchte jetzt bei dir eine Waffe kaufen. Der müsste dann auch irgendeine Lizenz vorlegen, dass er das überhaupt darf. Das ist richtig. Und ich brauche ja auch eine Waffenhandelslizenz. Und die habe ich noch nicht. Die bin ich erst dabei. Erst in den Aufbau. Okay, was kann man mit Waffen anstellen? Man kann nur auf Menschen schießen oder auf Tiere oder dann auf Zielscheiben. Was wäre dir lieber? Ja, Zielscheiben, ich glaube. Okay, jetzt haben wir gesehen, ihr habt also nicht nur militare Klamotten, ihr habt auch andere Klamotten. Wenn ich mir das jetzt hier anschaue, da stammt das tatsächlich alles von der Bundeswehr. Nicht immer. Es ist auch viel Saisonkleidung bzw. Fashionkleidung mit dabei, was halt gerade die Mode ja so hergibt. Hier, wenn du dich umdrehst, haben wir hier eine komplette Kinderabteilung. Ist auch sehr beliebt. Auch die Parker, Fliegerjaken oder Olive Flecktarn, original, in Kindergürden. Verrückt. Wahnsinn. Ja, er hat natürlich den Vorteil, dass es zum einen mal gut aussieht und zum anderen natürlich auch wärmt. Ist ja eine tolle Sache auch für Outdoor, wenn man unterwegs ist. Und da sind wir schon beim nächsten Thema Outdoor. Ich habe für Outdoor auch verschiedene Dinge, ne? Ja, klar. Wir haben Ausrüstung, wir haben Überlebungskits, wir haben Wasseraufbereitungsanlagen, also kleine, wo man sich in die Hosentaschen stecken kann. Ja. E-Pause. Und schauen Sie mal woanders in einer anderen Abteilung. Jetzt stehen wir nämlich in der Anglerabteilung und Angelbedarf ist auch ein Wahnsinn. Also wenn man schon Outdoor kauft, und dafür ist es ja eigentlich ausgelegt, dann sollte man natürlich auch in der Anglerabteilung landen, weil dir was gibt es denn da alles? Ja, da kriegst du ja alles. Von Haken bis zur Angelrolle, bis zur Angel. Und wir spulen auch, wir spulen auch Schnur drauf auf die Rollen, auch auf die Mitgebrachten. Ja, Futter, alles was das jetzt begehrt. Also Köder gibt es auch? Köder gibt es auch, wir haben sogar draußen einen Köderautomaten, wo man rund um die Uhr sich frische Würmer, Maden etc. rauslassen kann. Also ihr könnt Maden kaufen am Automaten, und das alles bei dir? Ja, und ich frage immer, wenn die Leute reinkommen, ob die Maden oder die Tauben immer zum Gleichessen sind oder zum Mitnehmen. Okay, also der BW-Shop ist eine ganz tolle Sache. Vielleicht nochmal die genaue Adresse, wo wir dich finden können. Ja, das ist jetzt ein Problem. Würhof 13, das ist die alte Adresse seit 1978. Die Behörde hat mir jetzt eine neue Adresse zugeteilt, Obritz 1 in Regenstauf. Das ist aber ein bisschen ein Problem, das zu finden. Aber am einfachsten ist, schaut bei uns auf der Facebook-Seite nach. Da ist eine Wegbeschreibung drin. Ab der Autobahnabfahrt, Bahnholz, sind es bloß noch 4,2 Kilometer bis zu uns her. Dann schauen wir die Webseite nochmal. www.maxtoc.de www.maxtoc.de Da könnt ihr also alle möglichen Informationen bekommen. Und wie gesagt, wenn ihr ins Navi die Adresse eingibt. Würhof 13 Würhof 13 kommt ihr garantiert hier an. Würhof Weg bitte nicht eingeben. Würhof 13. Und dann landet ihr hier, wie gesagt, in Regenstauf in dem BW-Shop. Und falls ihr tatsächlich dran vorbeifahren solltet, auszusehen, schaut einfach nach dem Hubschrauber, der steht da draußen. Dann könnt ihr es auf jeden Fall finden. Ciao.